Kann ich die Munition hier aufnehmen? Nein. Ist noch jemand? So, erledigt. So, jetzt können wir uns doch erstmal... Das nehmen wir uns mit, weil hier sind gerade ein paar mehr Gegner als nötig. An dieser Ecke. Und dementsprechend brauchen wir ein paar Krabbumswaffen. Huch, da war doch gerade noch ein Gegner. So, der Arsch ist schon mal down. Okay. Mhm. Wissen wir doch, ne? Weiß ich doch, ne? Weiß ich doch. Fuck off, Alter. Okay, wir brauchen ein paar. Du kämpfst für eine Welt, die du ganz verloren bist. Fuck off, Alter. Ist das Ding, was ich meine, was ist? Bam. Bam. Alter, fickt euch jetzt. Okay, der Sound ist schnell geplättet. What the... Boah. Hab ich mich jetzt erschrocken, verdammte Hacke. Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Ey, wenn ich jetzt schon wieder ganz da hinten anfange, ne? Wann wird's jetzt? Okay. So, was haben wir noch? Ach. Ach so. Was sind es da? Ja. Ich schürf. Ach. Fyff. 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 Fuck Kelly 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 Hör doch mal auf, ja? Ich battle mich hier mit ein, gerade So, danke Nachladen Boah, Minitionsknappheit, ne? Oh, Leute Ne, nicht, Mann Ich muss an Ruhe ziehen können, wenigstens Ja 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 Er legt und sagt Oh, aber da, Entschuldigung Lechter gesagt als getan, Digga Ah, fuck Entschuldigung Bäh Ich muss mein Herz jetzt gerade richten Wir verlangen dich hier Und ich war so unterwegs Ja, ja Ist leicht gemacht, gar kein Problem Okay Ich würde sagen Ich Doch, verdammt Wie soll man denen ausweichen, bitte? Vielen Dank, so einen schönen Day noch Baller Ah, cool Dann krieg ich auch noch ein kleines bisschen Fick dich Haha Scheißteil So Scheiß Attacke, Alter Ich kann nichts mehr tun Ich bin auf dem Weg Also los Stirb Oder ich bring dich um Fuck off, Alter Deckung Boah Ficken Hat er eine fucking Buzzy oder was? Von ewigen Werte haben wir auch schon ausge... Im Ernst Na endlich Ja, jetzt haben wir noch Ein motherfucking Big Boss vor uns So gut wie gar keiner Waffe Was haben wir denn hier auf eines? Ne, Schatty Hier nehmen wir doch mal mit Halt, ich hab noch ein paar Punkte mehr gesehen Alter Mann Drecksköter Vor allem weil wir uns nicht verstecken, Alter What the... Halt doch mal die Klappe jetzt Du bist so unwichtig wie mein Pausenbrot Fick dich Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Ich lauf hier lang Hilfe Ich bin fast tot Halt nur stehen Wir haben Kelly verloren Rückzug Wir haben Kelly verloren Rückzug Nein Nein Ich wurde mal in geschmeißene Scheiße Na los, zeigst du Lappen Alter Okay So, jetzt haben wir natürlich nur noch ihn als Gegner Aua Was? Schlampenaffe? Ich werde die Waffen mich retten Oh fuck Versteck mich auch nicht Ich tote dich Merkst du was? Ich verzweifle nicht Ich tote dich Tut's aber gerade Das ist mir nicht gut Aua Ähm Ihr beide stillt einfach nur rum und so Was haben wir denn da unten Feines? Hat er noch Muni? Jawoll Ich gehe ein bisschen hinter dem Schild jetzt mal gerade lauern Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder da hochkomme So, jetzt pass mal auf Ich will das hier haben Und das hier Natürlich trifft er mich Sehr schön Okay, lass mich durch Ach fuck auch, Alter Ich komme da ja nicht ganz so hoch Okay, ein paar Treffer kommen mit dieser dicken Waffe zu zielen Das ist schon mal gut Das ist schon mal gut Super den Stein abgeschossen Linder Perfekt Bin fast begeistert Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich bin schon wieder am Piepen ey Ah da hab ich nur noch die Schatty ne als ob ey, hau doch mal auf durch die Wand zu schlagen Werter ist tot, dann hält er mich Ja Seid gewandt, der verfügbar nur einen Verstand aber mit Jungen von Kampas Der Chief sagte, du wurdest gestört Doch nicht schon das letzte Mal da wo ich in den Überraum bezogen bin Ich bin zum Beispiel eine Domäne in einem System der Blutzwege das die ganze bekannte Galaxie legt Wie kannst du noch aktiv sein? Der Wahnsinn Die Domänen zu betrieben Es hat mich geheilt Es ist wie ein Jungwollern für Kai Wie kommen wir zu dir? Durch das Tor Das große Gebäude mit der Lightshow Du hast schon den Großteil der Aktivierungssequenz ausgelast wie ich es nie gedacht habe Jetzt noch ein Teil Ok, da werden wir Der letzte Aktivierungspunkt Ok, hi Cortana, schön dich zu hören